Salam alaikum, ich bin Fetty. Du brauchst kein gutes Deutsch für Artikulikation und Kommunikation. Ich habe mangelnde Deutschkenntnis, aber du verstehst mich. Ich gebe dir jetzt einen Tipp, wie du wärst eine erfolgreiche Kanaki in Deutschland. Tipp Nummer 1. Du machst viele Kinder, weil dann gibt dir Babastadt viel Kindergeld. Mindestens 4 Kinder. Bei 4. Kind kriegst du 215 Euro anstatt 184 Euro. Bedeutet mindestens 4 Kinder. Heißt, wir kennen, wir kennen, wir kennen, wir kennen. Tipp Nummer 2. Du machst einen Obst- oder Gemüseladen auf oder Dönerladen. Wenn läuft gut, verdienst du viel Geld. Wenn läuft scheiße, kein Problem. Hakan legt Brand, Versicherung gibt Geld, weil Brand war aus Versehen. Tipp Nummer 3. Du indizierst einen Unfall, trägst ihn mit deinem Kollegen wie und wo, dann ihr macht Crash, Mercedes gegen BMW 3er, boom. Dann du gehst zur Versicherung, erzählst Hans eine Story, Hans glaubt sofort. Dann du kriegst Geld von Versicherung, gehst zu einer Pole, Pole macht dein Auto wie neu, als hätte Mercedes persönlich gemacht. Tipp Nummer 4. Du gehst zum Arbeitsamt, du kommst als 4, kaufst bisschen Drogen, verkaufst bisschen Drogen in deine Straße, Straßenabotheker und arbeitest noch nebenbei Schwarz, Ballbau oder Tischerei. Dann kriegst du 2.000, 3.000, dann packst du sie in deine Tasche rein. Tipp Nummer 5. Ganz klar, du wirst Gangsterrapper. Egal ob scheiße oder gut. AgroTV nimmt alle, dann singst du bisschen über Drogen, bisschen über Knastaufhalt. Dann hast du schwuppdiwupp deine goldene Platte zu sehen. Und nebenbei machst du ein bisschen McDonalds Puzzels. Tipp Nummer 6. Du lernst eine Frau kennen, machst sie Geschenke, Gold, Kette, Blume. Wenn sie gute Frau ist, eine Power Riber Classic in Weiß. Dann machst du große Augen, weil verliebt im Material. Frau, weil dumm, weil deutsch. Du schickst dann auf Strich. Wenn sie macht Mätzchen, gibst du die Osmanische Tokka ab. Aber das nicht so durchschlagen, weil sie muss noch auf Strich. Weil Fresse sie glänzt, Haare sie glänzt, frisch aus den Schlägen von mir High Healer glänzt. Wenn du willst, dass ich öfter so eine Clips mache, dann schreib in die Kommentare rein. Fetti, mach bitte mehr Tipps und abonnier diesen Kanal. All right. Assalamualaikum, Habibi.